Als nächstes haben wir... Oh, ja, das sind die 2.50. Ja, das ist ein höchsten. Okay, das sind 3 Zähne von Comics plus Rennen, Tau, diese Zeichen, das selbstgemachte da. Äh, stand irgendwo... 3 Euro. 3 Euro. Da haben wir 3 Euro. Möchtet ihr jemand mehr als 3 Euro dafür zahlen? 3 Euro. Selbstgemacht ist diese Zeichen. Da steckt Schweiß drin, da steckt Mut drin. Oh, da haben wir 3.50 da hinten. Du darfst dich da nicht hinnehmen, oder? 3.50. Ja, wir helfen uns dann. 3.50. 3.50. Okay, 3 Euro. Übergeben wir jetzt 3 Euro. 3 Euro. Zum 1. Zum 2. Und zum 3. 1. 2 Euro. 1 Euro. 2 Euro. 1 Euro. 2 Euro. 3 Euro. 1 Euro haben wir hier. Jemand meint es 1 Euro? 1,50. 2 Euro. Keine 2,50. 2 Euro haben wir. 2 Euro haben wir. 2 Euro. Wird mehr 2 Euro? 2 Euro zum ersten? 2 Euro zum zweiten? Und? Ja, Abi. 2 Euro zum ersten? 3 Euro. 3 Euro. So, als nächstes haben wir Fairytale. Ach so, das ist die 49. Fairytale 1 bis 3? Ja. 1 Euro. 1 Euro. 1,50. 2 Euro. 2 Euro haben wir da. 2 Euro. 2,50. 3 Euro. 3,50. 4 Euro. 4,50. 4,50. Hier haben wir den Platz. 4,50 für die drei Manners. 4 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 6 Euro. 6,50. 7,50. 7,50. 7,50. 7,50. 7,50. Ja, das ist ja trotzdem. Ja, das ist ja die Montage-Kumme. 8 Euro. 8 Euro. 8 Euro. 8 Euro. 9,50. 9,50. 9,50. 9,50. 10,50. 10,50. 9,50. 11,50. Als nächstes haben wir eine!" 11,50. 12,50. An The Solitary Before Twist, sehr guter Zustand gemacht von Square Enx, also von den Final Fantasy-Machern, sind auch dieselben Leute. Stattdessen, ein Euro, keine Fantasie. Nicht keine Fantasie, aber keine Fantasie. Ein Euro haben wir da. Jemand mehr als ein Euro dafür. Ein Euro. Oh, 1,50. Jemand mehr als 1,50. 3 Euro. 2,50. 3,50. 4 Euro. Er ist ja echt. Er ist noch gut. 4,50. 4,50 an mir. 5 Euro. 5,50. 6,50. 7,8, 9. Oh, okay. Hallo. Hallo. Was? Bitte. Okay, dann machen wir 59 an mir. 59 zum ersten. 59 zum zweiten. Und 59 zum dritten. Okay, am nächsten zahlen wir zwei Daisubi und ein Indoor-Schick. So, die fällt ja auch 4 Euro ab, mach ich, was? Die beiden Hefte sind aus 2006 und das Großteil aus Vietnam stand an Rot. 4 Euro. So, besser. Nummer 4 Euro. Nummer 51. 4 Euro. Möchtet ihr euch dafür 4 Euro zahlen? 4 Euro. Große Anki. Ja. Ja. Machen wir mal 50 Cent draus. Okay, 50 Cent. 50 Cent steigern. Gut, hier weiter zu suchen. Da haben wir jemanden für 50 Cent. Möchtet ihr jemanden mehr? Wieso entscheidest du jetzt selber auch dein Zeug mehr so? Bist du Aki und Enster? Nein. Warte, hier macht mich die Muzi. Ist die nicht da? Jeder packt, was du da hast. Das ist gestorben. Oh, nein. 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 , ich weiß nicht. Nein, ich war nicht dran, weil. Hey, let's nicht. Ich finde, ich war nicht immer einfach witzig. Also, als nächstes haben wir ... Gwert Auguresis. Meine Sea-K stretchen Hey, hier kenne ich es nicht. 1, 2, 4. II, jetzt war's schon gleich. Ja, ja. Das Update. Untertitel ist das in der Dauerland-Innenfluki. Ja klar. Also, für die drei Bücher 1, 3, 4, Welche Preise sind die 50 Euro? 50, danke. 3 Euro steht an den Brot. Wie 3 Mann ist das denn das überhaupt getragen? Ist das nicht so... Was? Da, da haben wir 3 Euro. Ihr habt mehr als 3 Euro. 3 Euro haben wir da. Oh, da haben wir 3,50 Euro. 4 Euro. Irgendwas mit Jugendfreunden. 4 Euro? 4 Euro haben wir da. 4 Euro. 4 Euro haben wir. 4 Euro zum ersten. 4 Euro zum zweiten. 4 Euro zum zweiten. 4 Euro zum dritten. Wie dieses haben wir ein Käse von Black Butler Sebastian. 5 Euro. 4 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 9 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 Euro. Wer tagt mehr als 9 Euro für das Kissen? Ja, ist ja. 9 Euro zum ersten. 9 Euro zum zweiten. 9 Euro. 9 Euro. 9 Euro. So, als nächstes haben wir... ...ein Bücher und Tüchter... ...zwei Euro... ...fünf... ...sechs... ...sieben Euro... ...acht... ...neun... ...neun Euro... ...neun Euro... ...die warte ich mehr als neun Euro... ...neun Euro... ...zum ersten... ...zum zweiten... ...und zum dritten... ...neun Euro... ...neun Euro... ...mein Programm weg... ...neun Euro... ...neun Euro... ...neun Euro... ...neun Euro... ...dürfte ich noch ein bisschen Ruhe bitten? ...neun Euro... ...neun Euro... ...und leistet... ...ja, ja, ich weiß... ...43... ...43... ... ...Shuttle-Bot... ...drei Euro... ...drei... ...ich mach mal wieder... ...drei... ...vier... ...fünf... ...vier... ...vier waren jetzt... ...fünf... ...sechs... ...neun Euro... "...vier waren sechs Euro... ... xen... ...нова... ... sechs Euro... ... prendre... ... Under... ...sechs Euro... ...jeet... ...kursen, wo... ...zum... ...iert... ...neun... 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 ...kursen... "...neun... ...ta... ... herrn... ... tej... ...herrn... ...kursen... ... demás... Vielen Dank für's Zuschauen.